Würdest du anfangen? Anfangen Ich würde gern Geld wechseln. Würde Ich würde gern Geld wechseln. Wechseln Wir würden jetzt anfangen. Anfangen. Jetzt! Würden Sie bitte antworten? Sie antworten Würden wir darüber reden? Ich würde gerne anfangen. anfangen Wir würden ein Auto mieten. Würden ein mieten Auto Sie würde die Wohnung mieten. Sie würde sie würde mieten die Wohnung Würde ein Computer so antworten? Wir würden die Schule wechseln. Wir würden wechseln die Schule. Du solltest das bald tun. Bildung sollte kostenlos sein. Bildung sollte sein kostenlos. Würdest du bitte antworten? Ich würde gerne mit Ihnen über dieses Thema reden, würde. Reden mit Ihnen mit Ihnen. Dieses Thema. Es ist als würde ich mit mir selbst reden. Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema reden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020